Darf ich einen Namen? Haben Sie den Vater denn überhaupt nicht gelebt? Doch. Wer trägt eigentlich die Schuld, an dem das geschah? Ich hab Hunger. Willst du auf Pizza? Ja. Scheiß, das Geld ist weg. Wer ist denn so asozial und klaut auf einer Party Geld? Ich hab das Geld genommen. Ja, man, Ben will die Kohle jetzt immer schon gleich. Du gibst unser letztes Geld für beschissenes Dope aus? Das ist nicht beschissen. Hier, reiß. Kein Bock. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Send an room 복lửror. Ok, auf geht auf. пиш吧. Bis zum nächsten Mal.